Jetzt, der Presseklub, live aus Köln. Hallo und herzlich willkommen. Irgendwie sind wir ja schon daran gewöhnt, dass die Amerikaner versuchen, alles und jeden auszuspionieren. Und spätestens seit wir wissen, dass sogar das Handy von Angela Merkel abgehört wurde, da überrascht uns eigentlich nichts mehr. Doch hier und heute soll es nicht um die Sammelwut der Amerikaner gehen. Es geht auch darum, dass der deutsche Bundesnachrichtendienst offenbar diese Sammelwut jahrelang unterstützt hat. Und so die jüngsten Vorwürfe dabei nicht nur Daten weitergeleitet hat, sondern diese teilweise auch selbst ausgewertet und verwendet hat. Der Bundesnachrichtendienst soll der NSA jahrelang dabei geholfen haben, deutsche und europäische Ziele auszuspionieren. Das heißt Unternehmen, Politiker und Institutionen. Die Abhörstation in Bad Aibling. Jahrelang soll der BND hier NSA-Spionage unterstützt haben. Die französische Regierung, ausgespäht und auch die EU-Kommission. Die Zeitungen titeln, geheim ist auch nicht mehr, was es mal war. Ein Skandal, gesucht wird nach den Schuldigen. Schon 2008 soll der damalige Kanzleramtschef Thomas de Maizière von den Spähversuchen der Amerikaner gewusst haben. Der weist das zurück, aber wer wusste wann was? Die Informationen, um die es hier geht und die in die Presse gespielt werden, stammen aus Unterlagen, die als geheim oder streng geheim eingestuft sind. Und deswegen bin ich außerstande, mich öffentlich zu diesen Vorwürfen oder Fragen zu äußern. Die Politiker aller Lager in Berlin allerdings fordern Aufklärung. Die Informationen, die wir bekommen, die sind samt und sonders für die Mülltonne. Offensichtlich führt der BND in Eigenleben. Wie kann der Bundesnachrichtendienst wirkungsvoll kontrolliert werden? Welche politischen Konsequenzen sind zu ziehen? Die Bundesregierung steht unter Druck. Ja, wer wusste was wann? Diese einfache Frage ist in Geheimdienstangelegenheiten sehr schwer zu beantworten. Denn, wie der Name schon sagt, es ist eben alles geheim. Wann wusste das Kanzleramt, dass für die Kontrolle des Bundesnachrichtendienstes zuständig ist, davon, dass die NSA offenbar deutsche und europäische Ziele ausspionieren wollte? Warum ist dann so lange nichts passiert? Und was wusste zuletzt die Bundeskanzlerin Angela Merkel? Fragen über Fragen heute in unserem Presseclub BND und NSA. Geheimdienste außer Kontrolle. Ich freue mich über meine Gäste, die dieses spannende Thema gemeinsam diskutieren wollen. Herzlich willkommen, Toni Pettersson. Sie sind Korrespondent der britischen Zeitung The Independent hier in Deutschland. Daneben sitzt Martina Vieth. Herzlich willkommen auch. Sie sind Berlin-Korrespondenten von Focus Online. Zu meiner Linken Gregor Mainz. Sie sind Korrespondent der Rheinischen Post in der Berliner Parlamentsredaktion. Und ich freue mich auch, dass Gudula Goethe hier ist. Sie arbeiten für das Deutschlandradio als Hauptstadt-Korrespondentin für Innen- und Rechtspolitik. Frau Goethe, der BND soll also jahrelang der NSA dabei geholfen haben, deutsche und europäische Ziele auszuspionieren. Überrascht Sie das, dass der deutsche Geheimdienst so kooperativ, um nicht zu sagen, gehorsam oder sogar willfährig gegenüber den Amerikanern war? Willfährig vielleicht, gehorsam vermutlich nicht. Wir wissen, wie Sie sagen, ja immer noch nicht, was passiert ist. Aber es scheint ja zumindest nicht so, dass das Absicht war. Gleichzeitig ist das schon eine neue Qualität. Es sieht bisher so aus, als habe man teilweise bewusst weggeschaut. Als seien immer wieder Sachen aufgefallen, die man dann möglicherweise auch absichtlich nicht weiter verfolgt hat. Es ist klar, dass der BND sehr weit angewiesen ist, gerade auf die US-Geheimdienste, gerade auf die NSA. Der BND hat noch bei der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht 1998 sehr breit dargelegt, was er alles nicht kann. Hat sich vielfach mit der Auswertung von Faxen und von Telexen beschäftigt. Und war völlig auf den Sachverstand anderer Geheimdienste angewiesen, wollte lernen. Es wird dann immer wieder das Beispiel der Sauerland-Gruppe angeführt, die durch Informationen der NSA aufgeflogen sei. Aber es drängt sich seit langem und jetzt eben wieder der Eindruck auf, dass man da deutlich zu weit gegangen ist. Frau Goethe, Sie haben es ja gerade beschrieben. Es gibt schon limitierte Kompetenzen des Bundesnachrichtendienstes, anders in Großbritannien, Herr Pettersen. Also der englische Geheimdienst, der britische Geheimdienst, der sammelt ja durchaus auch sehr viel und wahrscheinlich auch mehr als der Bundesnachrichtendienst. Können Sie trotzdem die Aufregung hierzulande nachvollziehen? Ich kann das aus einer deutschen Perspektive verstehen. Also der Engländer sieht seinen Geheimdienst als was für uns, für die Engländer. Es gibt James Bond zum Beispiel und er macht nur Gutes, er rettet die Insel. In Deutschland kommt von ganz woanders her, also eine Geschichte von Stasi, von Gestapo, von Diktaturen. Und man ist natürlich sehr, sehr verdächtig und möchte wissen, ja, was machen die mit uns? Zweite Sache, denke ich, ist das Verhältnis zwischen NSA und BND, also Deutschland, Amerika. Ich denke, Deutschland befindet sich immer noch in einer quasi Nachkriegssituation. Die waren immer der Juniorpartner, auch zu westdeutschen Zeiten, die BND. Und das sind die immer noch. Und ich denke, worum es hier geht, eigentlich ist eine Frage der Gleichberechtigung, dass die Deutschen eigentlich auf gleichem Niveau sitzen sollten und nicht immer als Juniorpartner. Die sind nicht in der britischen, amerikanischen Five Eyes Gruppe, das sind die englisch sprechenden Geheimdienste, die sind ausgeschlossen und die möchten sicherlich da rein. Ich denke, es wäre eine gute Gelegenheit, das durchzudenken. Inwiefern der Bundesnachrichtendienst da noch was aufzuholen hat und ob er möglicherweise mal bei den Five Eyes mitmachen darf, da reden wir später auf jeden Fall nochmal drüber. Vielleicht erstmal für jetzt nochmal den normalen Zuschauer, Frau Vietz, um da Licht ins Dickicht zu bringen. Also es gibt eine Anfrage der NSA, die möchte Daten sammeln über Bad Aibling, über die Abhörstation in Bayern. Und die liefert sogenannte Selektoren an den Bundesnachrichtendienst. Das sind also IP-Adressen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern. Und dann wird das, ich stelle mir das so vor, ins System eingespeist und dann wird das einfach rausgefiltert. Was macht der BND da genau? Was darf er da? Und wo sind da überhaupt die Grenzen? Also zunächst, finde ich, muss man einmal klarstellen, worüber wir genau reden. Es geht um Datenströme in Krisengebiete und aus Krisengebieten. Also wir reden über Länder wie Afghanistan und Pakistan, über Somalia und den Jemen oder über Syrien oder den Irak. Also es geht jetzt nicht um Kommunikation von Paris nach London, Berlin oder so etwas. Ja, aber die kann ja dabei auch hängen bleiben, also als Nebenprodukt, sage ich mal so. Aber nicht die direkte Kommunikation von London nach Paris beispielsweise, sondern wenn jemand aus Brüssel, es war ja jetzt immer die Rede von der EU-Kommission, wenn da Kontakt aufgenommen wird zu einem Land in einer Krisenregion, dann kommt das in diesen Datenstrom. Und da gibt es um diese Datenströme, wir reden da von Millionen Daten pro Stunde, diese Datenströme muss man auswerten und dafür gibt es diese sogenannten Selektoren. Da haben die deutschen Dienste eine Liste sozusagen erstellt, wonach man sucht. Und die Amerikaner haben auch eine Selektorenliste übergeben. Und jetzt ist die große Frage, was ist mit diesen Listen passiert? Also es gibt wohl eine sehr lange Liste, auf der Selektoren stehen, die wohl, so sieht es derzeit aus, nie zum Einsatz kamen, weil der BND sofort erkannt hat, da sind Europäer betroffen, da sind Deutsche betroffen. Die nehmen wir raus. So sieht es im Moment aus. Aber auch diese Frage ist noch nicht endgültig geklärt. Und dann hat man irgendwann, nachdem das Handy von Frau Merkel abgehört worden war, nachdem die ganze Nachrichtendienstaffäre um Edward Snowden bekannt geworden war, sich die Liste noch einmal angeschaut, mit der man arbeitet. Und hat dann festgestellt, da sind auch Daten oder Verbindungsdaten drauf, die da eigentlich nicht hingehören. Da gibt es jetzt unterschiedliche Angaben. Einmal heißt es, das sind 2000, eine Größenordnung von 2000 Daten, andere sprechen schon von 12.000 Daten. Und diese Fragen sind alle nicht geklärt. Was ist also mit der langen Liste passiert? Was ist mit der kurzen Liste passiert? Und wir müssen jetzt einfach darauf setzen, und ich denke mal, die Bundesregierung wird kaum darum kommen, diese Liste einfach den zuständigen Gremien im Bundestag zur Verfügung zu stellen. Denn die Anfrage bei den Amerikanern, dazu läuft ja, man weiß noch nicht, wie die Amerikaner sich einlassen. Aber ich plädiere sehr dafür, dass die Bundesregierung, selbst wenn die Amerikaner Zweifel haben, dennoch den Vertrauensgremien im Bundestag diese Liste zur Verfügung stellt. Sie haben jetzt gerade diese verschiedenen Zahlen von Selektoren angesprochen, Herr Mainz. Also es gibt offenbar eine, diese 40.000, diese Zahl, das ist offenbar eine Negativliste, die der BND nach eigenen Angaben aussortiert hat. Also Selektoren, die aus Sicht des BND deutsche Interessen betreffen und die deshalb nicht aktiv angewendet wurden. So sage ich das mal mit meinen eigenen Worten. Dann im Zuge der Snowden-Enthüllung, hat ja auch gerade Frau Vietz gesagt, hat der BND festgestellt, 2.000 oder aber 12.000 waren eben doch nicht richtig, nicht legal und wurden angewendet. Die wurden daraufhin gelöscht, nach Presseberichten. Es ist ja einfach, wir stochen da so im Dunkeln, weil es sich eben alles um vertrauliche, geheime Angelegenheiten handelt. Werden wir denn die eine oder die andere Liste jemals irgendwie, also vielleicht nicht wir, aber das Parlamentarische Kontrollgremium, werden die diese Liste irgendwann zu Gesicht bekommen? Ja, natürlich werden die irgendwas bekommen. Da werden die schon drauf bestehen. Die Opposition hat ja auch gesagt, notfalls vor Gericht zu gehen. Da gibt es relativ starke Minderheitenrechte, um das durchzusetzen. Aber die Frage ist, was es denn hilft. Also wenn Sie jetzt eine Liste mit 40.000 Handynummern bekämen, werden Sie dann einen Moment eindeutig schlauer, was das bedeutet. Da muss schon für jedes Ding eine Erklärung dabei sein und dann muss dann auch für jedes einzelne Teil begründet werden, warum das jetzt gegen deutsche oder europäische Interessen verstoßen hat. Und da kann ja natürlich ein kleines Detail auf den ersten Blick durchaus etwas problematisch erscheinen. Wenn man es in ein größeres Ganzes stellt, dann weiß man genau, dass genau diese Information, genau dieses Telefonat zwischen Deutschland und Afghanistan jetzt möglicherweise eine Systematik darstellte, aus der ein Geheimdienst, wenn er viele Puzzleteile zusammenlegt, irgendeine Gefahr durch einen mutmaßlichen Islamisten hier ergibt. Aber wir haben noch mit ganz anderen Dingen zu tun. Wir wissen ja wirklich nicht, diese 12.000, die da drin sind, sind die jetzt extra, sind die jetzt auf Knopfdruck nochmal zusätzlich zu den 40.000 erstanden. Die 2.000 sollen möglicherweise nur ein Zwischenstand gewesen sein. Und dann geistern ja noch weitere Zahlen ganz wirr durch die Gegend. Die einen sagen, wir haben also ungefähr 800.000 Selektoren insgesamt bekommen von 2004 bis 2015. Da wären die 40.000 ein erheblicher Teil. Andere sagen, die kriegen 800.000 pro Tag. Dann sind die 40.000 ein winziger Bestandteil. Und dann sieht unsere Bewertung auch schon ganz anders aus, dass wir wahrscheinlich überhaupt nicht in der Lage sind, dieses dann nur automatisiert ablaufende Einspeisen von Anfragen überhaupt zu beherrschen. Also sollte die Liste, wenn sie jetzt 40.000, 12.000, 800.000, wie auch immer, es wird natürlich langsam ein bisschen viel, aber sollte diese Liste denn dann jetzt dem Parlamentarischen Kontrollgremium übergeben werden, auch wenn die Amerikaner zum Beispiel sagen, nein, das verstößt gegen unsere nationalen Interessen? Das hatte ja Frau Vietz gerade angesprochen. Würde ich unbedingt auch für plädieren. Wir, wie gesagt, wissen das meiste nicht. Mir scheint das Plausibelste von dem, was berichtet wird, dass die 2000er-Liste, dass das Ziele sind. Das heißt, das sind Personen oder Institutionen. Und zwar nach den Endungen .gov.eu. Das heißt also, wir haben erst mal ein Auftragsfeld für die Zusammenarbeit. Das sagt Terrorismus, Proliferation, also illegaler Waffenhandel und organisierte Kriminalität. Dass wir 2000 Zielobjekte in europäischen Regierungen, Institutionen haben, wo es wahrscheinlich im Kern dieser Zusammenarbeit ist, dass man das braucht, um auf terroristische Aktivitäten zu kommen, wäre noch ein bisschen begründungsbedürftig, sagen wir mal so. Diese 12.000 sind dann wohl die dazugehörigen Adressen. Man kann ja mehrere Telefonnummer haben oder so, so erkläre ich mir das zumindest im Moment. Ja, ich denke, die Liste müsste unbedingt weitergegeben werden. Es wäre allerdings eine Premiere. Es wäre das erste Mal, wir erinnern uns an die verschiedenen Besuche vom damaligen Innenminister Hans-Peter Friedrich in den USA mit wirklich peinlichen Ergebnissen von Ronald Pofalla, der sich immer wieder bemühte, mit Erfolgsmeldungen nach Hause zu kommen, was ihm nicht recht gelang. Da hatte sich immer die Bundesregierung sehr stark an das gehalten, was die USA freigegeben hatten. Es wäre also jetzt das erste Mal. Es ist aber ja auch das erste Mal, dass die Bundesregierung, indem sie eben ihren eigenen Auslandsgeheimdienst jetzt in den Senkel stellt, ohne dass sie selber sagt, noch genau zu wissen, was eigentlich passiert ist. Es ist also das erste Mal, dass die Bundesregierung selbst ein wenig panisch reagiert und versucht, unbedingt die Angriffe von sich fernzuhalten, sodass sich das auch nicht ausschließen würde, dass sie das diesmal tut. Jetzt könnte man sich ja auf den Standpunkt stellen, nun gut, mit diesen Selektoren werden ja Metadaten gesammelt. Also die Frage, wann wurde welche IP-Adresse wie benutzt. Ich zitiere dazu gerne mal den US-Botschafter John Emerson. Der hat gesagt, das Vorgehen der NSA und des BND ist insofern unterschiedlich, als dass es kulturelle Unterschiede in beiden Ländern gibt. Die Amerikaner sehen es als Verletzung der Privatsphäre, wenn jemand ihre Briefe oder E-Mails liest. Und die Deutschen sehen es schon als Verletzung der Privatsphäre, wenn man nur weiß, an diesem Tag wurde eine E-Mail geschrieben. Kurzum, Herr Pettersen, sind wir da einfach in Deutschland vielleicht etwas zu empfindlich im Umgang? Oder also wie kann man überhaupt zwischen diesen Metadaten und dem tatsächlichen Abhören und Mitlesen unterscheiden? Das ist eine schwierige Frage, aber ich denke, es ist hauptsächlich eine kulturelle Frage. Und das geht zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass man ist in Deutschland sehr, geht sehr, sehr vorsichtig mit dieser Sache um und es herrscht eine gewisse Angst, eine gewisse Paranoia, finde ich, dass sobald dieses Thema auf den Tisch kommt, dann ist die Reaktion ziemlich hysterisch, also von Seiten Politiker und auch von Seiten der Presse. Und ich denke, das ist ein, die Gründe dafür, wie eben gesagt, die Hysterie ist basiert in einer Furcht vor Diktatur, vor Schnüffelei, dass Geheimdienste alles sehen können, was wir machen. Und das führte zurück zu der Zensus, also die Umfrage, ich kann mich erinnern, in den 80er Jahren gab es großer Widerstand gegen eine Volkszählung. In Großbritannien und in Amerika existiert so etwas nicht. Worauf das zu erklären? Ich kann es nur geschichtlich erklären, anders nicht. Vielleicht nochmal zum Unterschied zwischen Metadaten und der eigentlichen Kommunikation, also dem geschriebenen und dem gesprochenen Wort. Jetzt ist es ja, also der jüngste Vorwurf, der auch von der Presse jetzt überliefert worden ist, ist, der BND hat nicht nur einfach weitergegeben, sondern er hat teilweise auch diese Daten selbst ausgewertet und selbst verwertet. Wo ist da die Grenze zu sagen, er hat sich dann natürlich auch irgendwann mal für den Inhalt einer E-Mail interessiert, weil nur die Tatsache, eine E-Mail wurde verschickt am, bringt einen ja noch nicht viel weiter. Wie kann man überhaupt versuchen, da Licht ins Dunkel zu bringen? Also die Grenze ist ganz klar da zu ziehen, wo in dem konkreten Fall deutsche Daten oder Inhaber deutscher Daten betroffen sind oder Inhaber amerikanischer Daten. Das ist diese Zusatzvereinbarung, die Deutschland und Amerika 2002 geschlossen haben, wo sie gesagt haben, wir nutzen weiter Bad Aibling, die Amerikaner wollten diese Anlage ja zunächst schließen und nach den Terroranschlägen vom 11. September hat man dann entschieden, man nutzt diese Datenströme, die man da auffangen kann, weiter. So und jetzt zunächst einmal, Amerikaner und Deutsche sind tabu. Selbst solche E-Mail-Adressen, die auf EU enden, sind nicht tabu, weil eben Europa in dieses Sonderabkommen nicht hineinfällt. Sobald man Deutsche oder Amerikaner weiter verfolgen möchte, muss man einen konkreten Anhaltspunkt haben und muss dann auch diese gesamten gerichtlichen und richterlichen Zustimmungen einholen. Das heißt, wir haben es hier zu tun mit diesen massenhaften Datenströmen, die eigentlich Deutsche und Amerikaner zunächst einmal nicht betreffen. Und dann muss man sehen, es ist ja auch immer wieder die Rede von dem Stichwort Wirtschaftsspionage. Was muss man darunter verstehen? Reine Industrie-Spionage, wo beispielsweise jetzt die Amerikaner schauen wollten, wie machen die denn jetzt bei Airbus die neuen Konstruktionen oder wo gibt es neue Pläne, irgendwelche Waffen oder sonst irgendwas zu erstellen. Sowas kann natürlich nicht funktionieren. Wenn sich herausstellen könnte, dass der BND da Daten an ihre Amerikaner weitergegleitet hat, womit die möglicherweise ihre eigene Industrie unterstützen, dann gibt es ein richtiges Problem. Es gibt aber dieses andere Thema Wirtschaftsspionage, in dem es im Grunde genommen um grundsätzliche strategische Fragen geht. Also wer hat denn viel Kontakt zu irgendwelchen Warlords in Afghanistan? Welche Unternehmen bauen möglicherweise irgendwelche Nukleartechnik und haben plötzlich viel Kontakt mit Institutionen im Iran? Solche grundsätzlichen Fragen sind eigentlich von diesem Abkommen von 2002 gedeckt. Also es kommt immer wieder dahin, dass wir sagen müssen, wir haben es sicherlich mit dem Potenzial für einen Skandal zu tun, ob es wirklich ein Skandal wird, muss jetzt tatsächlich erst mal durch die Beantwortung vieler, vieler Fragen sich zeigen. Sie haben jetzt dieses Memorandum von 2002 angesprochen, also diese bestimmte Verabredung zwischen USA und Deutschland, dass man also global gegen den Terror vorgehen möchte. Die Grenzziehung ist natürlich nicht ganz einfach, Stichwort Wirtschaftsspionage. Wir haben es mit ERDS zu tun. Das ist ein europäischer Konzern mit deutscher, mit französischer Beteiligung. Es wäre also nach dem Memorandum nicht erlaubt gewesen, diese deutsche juristische Person auszuspionieren. Genau das ist aber geschehen. 2005 haben BND-Mitarbeiter da erste Hinweise drauf gehabt. Es gab ja gerade, wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, es hängt von der Definition von Wirtschaftsspionage ab. Also es hätte 2005 möglicherweise ein strategisches Interesse sein können. Es hätte aber auch ein kommerzielles Interesse sein können, weil es um einen Tankerflugzeug-Großauftrag ging, wo amerikanische Firmen in Konkurrenz waren. Wie möchte man da, Herr Mainz, überhaupt eine Grenze ziehen? Weil wir uns ja die ganze Zeit in einem geheimen Bereich bewegen und sogar dieses Memorandum ja in diesem Fall nicht verhindert hat, dass auch deutsche Interessen betroffen waren. Ja, wo ziehen wir die Grenze? Da könnte ich vielleicht Herrn Pettersen noch aufgreifen und da hinzufügen, es ist nicht so, dass das ein statischer Zustand ist, in dem wir uns befinden. Wir sind in einer Entwicklung. Wir kommen langsam an, in einer anderen, raueren Wirklichkeit, als wir es in den Jahrzehnten nach dem Krieg, in der Nische der Geschichte, in der wir es uns so gut bequem gemacht hatten, uns so gut ausrichten konnten. Wenn Sie sehen, was das für eine Mühe war, die Bundeswehr zum ersten Auslandseinsatz zu bringen, da hat der eigene Koalitionspartner noch gegen die eigene Regierung geklagt in Karlsruhe. Und da hat auch das Verfassungsgericht sehr lange gebraucht, um diesen rechtlichen Rahmen an die äußeren Bedingungen anzupassen. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei Spionage und digitaler Überwachung auch so ist. Wir haben uns daran gewöhnt, dass die ganzen Ethisch etwas schwierigen Themen schon die Alliierten machen. Und wir bleiben Ethisch absolut formal sauber. Wir kümmern uns nur um das Heere, Gute, Wahre in der Welt. Und wenn es da in die Grauzonen reingeht, dann haben wir das Bundesverfassungsgericht. Und das sagt uns dann schon, Sie wollten die Grenze höre. Das hat ein Grundrecht definiert auf informationelle Selbstbestimmung. Und das heißt, niemand darf ein Bewegungsprofil erstellen, durch das die Bürger in ihrer freien Entfaltung der Persönlichkeit beeinflusst werden könnten. So, wie gehen wir jetzt damit um? Wir haben überhaupt keine gesetzlichen Vorlagen dafür, was der BND im Ausland macht. Wir wissen genau, was er im Inland darf. Und deswegen werden die sogenannten Grundrechtsträger, also alle, die die Grundrechte in Anspruch nehmen können, ausgeschieden. Aber was ist mit den ganzen Dingen, die da drum herumhängen? Und dann haben wir das Beispiel, natürlich gehört es sich nicht. Da hat Merkel, die Bundeskanzlerin, die Messlatte sehr hoch gesetzt. Abhören unter Freuen geht gar nicht. Insofern EADS nicht. Aber wenn EADS jetzt plötzlich einen russischen Anteilseigner hat, wenn die Amerikaner überlegen, ob sie Militärtechnik der EADS zur Verfügung steht, dann haben wir die Grenze schon wieder an der anderen Stelle. Das ist also alles tatsächlich ein Problem der effektiven Kontrolle. Das, was man bisher weiß, ist ja, also 2005, so jetziger Stand, ist offenbar BND-Mitarbeitern zum ersten Mal aufgefallen, dass was mit den Selektoren nicht stimmen könnte. 2008 wurden offenbar erste Erkenntnisse dem Bundeskanzleramt übermittelt. Wie detailliert, das weiß man alles nicht. Ganz konkret in dem Fall der Wirtschaftsspionage gab es aber dann eine parlamentarische Anfrage der Linken im Mitte April, wo es darum ging, welche Erkenntnisse die Bundesregierung denn über diese Wirtschaftsspionage hat. Daraufhin gab es eine Stellungnahme. Es gibt keine Erkenntnisse zu dieser Wirtschaftsspionage. Frau Goethe, wer muss dafür jetzt gerade stehen? Muss Thomas de Maizière dafür gerade stehen, der Kanzleramtsminister war in der entscheidenden Zeit, der jetzt Innenminister ist? Muss Herr Schindler dafür gerade stehen, der Präsident des Bundesnachrichtendienstes? Ganz kurz gesagt, wir wissen es noch nicht und wir wissen auch noch gar nicht, wie schlimm diese Antwort nun eigentlich war. Ich wollte gerne einen Satz vorher noch sagen zu der Frage, Frau Friedrich, ich würde Ihnen unbedingt recht geben, wir wissen noch gar nicht, wie groß das Problem eigentlich ist, ob wir ein richtiges Problem eigentlich haben oder nicht. Das Problem, das ich in jedem Fall sehe, ist, dass der BND und wohl auch die Bundesregierung nicht entschieden hat, was man da tut. Und das ist eine ganz andere Frage. Also das heißt, wenn man zwar brav diese 40.000 Selektoren aussortiert hat, wobei wir auch nicht wissen, ob die nicht vorher gelaufen sind oder nicht, also ob die nicht schon Ergebnisse hatten oder nicht. Wenn man dann aber eben diese Kürzel, die ich eben genannt habe, Jahre später mal eingibt, dann muss man sagen, auf die Idee hätte man auch schon vorher kommen können. Also kürzel.gov.eu, das heißt, man ist in eine Kooperation reingerutscht, die man in dieser Form möglicherweise gar nicht hätte haben wollen. Das sehe ich als das eigentliche Problem von dem, was wir bisher wissen. Vielleicht kommt noch mehr nach, das ist offen. Die andere Frage, wer verantwortlich ist, jetzt nur erstmal für die Frage parlamentarischer Anfrage, das ist ja eigentlich ein Nebengleis in dieser ganzen Diskussion, hat ja eigentlich mit der Frage BND außer Rand und Band oder was wusste die Bundesregierung wenig zu tun. Nun könnte man sich natürlich zurückziehen auf die Formulierung Wirtschaftsspionage und sagen, das ist, wie das eben gerade auch differenziert wurde, die Wirtschaftsspionage im engeren Sinn. Das wäre nicht untypisch für die Art, wie parlamentarische Anfragen beantwortet werden. Es wäre trotzdem falsch. Es wäre kein richtiger Umgang mit dem parlamentarischen Kontrollgremium, weil man dann, wenn man Anfragen so beantwortet, kann das Gremium einfach das Handeln der Dienste nicht kontrollieren. Die andere Möglichkeit ist, dass erst nach und nach, wir haben ja einen etwas diffusen Zeitablauf, BND-Präsident Schindler hat sich an das Kanzleramt gewandt, hat gesagt, wir haben hier ein Problem. Dann gab es wohl Nachfragen. Was in der Zeit bis zur Beantwortung der Anfrage konkret im Kanzleramt bekannt war, wissen wir wohl nicht. Die Frage nach Konsequenzen persönlicher Art, finde ich, hat sowieso keinen Sinn, solange wir nicht genauer wissen, was da passiert ist, weil ein Rücktritt mittendrin, wenn wir noch gar nicht wissen, was das Problem eigentlich ist, wäre sicherlich nicht sinnvoll. Vor allem, weil es möglicherweise die weitere Aufklärung hindern würde. Und die andere Frage, Sie haben de Maizière angesprochen, der ist zuständig für die Spionageabwehr, hat deswegen völlig richtigerweise diese Anfrage beantwortet. Die Informationen stammten aber nicht von ihm, sodass es da alle möglichen Verantwortlichkeiten geben mag, insbesondere aus der Zeit im Kanzleramt. Aber es scheint mir hier für diesen Sonderfallbeantwortung der parlamentarischen Anfrage nicht der Schwerpunkt zu sein. Und man muss doch dabei wirklich sehen, dass wir noch die Frage beantwortet bekommen müssen, was hat die Bundesregierung eigentlich getan? Also wir wissen jetzt 2008 gab es Informationen ins Kanzleramt, dass da Selektoren aufgetreten sind, die eigentlich nicht hätten nachgeforscht werden dürfen. Was hat man damit gemacht? Hat man gesagt, wunderbar, der BND hat die gefunden und die arbeiten nicht danach und damit ist alles gut? Oder hat man beispielsweise mal mit den Amerikanern geredet und hat gesagt, ihr versucht uns da immer Sachen unterzujubeln, die nicht von unserem Abkommen gedeckt sind? Nun, diese Fragen müssen wir alle noch beantwortet bekommen. Und aus der Antwort auf diese Fragen ergibt sich dann natürlich auch die Verantwortlichkeit. 2008 war eben Thomas de Maizière Kanzleramtsminister. Dann gab es ja nochmal einen Vorgang, wo das Kanzleramt informiert wurde zur Zeit von Ronald Pofalla. Da ist auch die Frage, was ist da eigentlich passiert? Ich glaube, die Bundesregierung kommt in dem Moment in Schwierigkeiten, wo sich herausstellt, dass man immer wieder zur Kenntnis genommen hat, die Amerikaner machen weitaus mehr als sie dürfen und versuchen im Grunde genommen, den BND da zu instrumentalisieren. Wir haben das gewusst, aber wir haben nichts getan. Das ist, glaube ich, der Knackpunkt, den wir jetzt erst nochmal auflösen müssen. Also ich denke... Können wir zu dieser kleinen Anfrage mal kurz beleuchten, was das Besondere daran ist? Also einerseits ist richtig, wenn die Opposition eine Anfrage stellt, dann hat sie ein Anrecht darauf, dass die wahrheitsgemäß beantwortet wird. Dann darf sie nicht hinter die Fichte geführt werden. Aber bemerkenswert ist doch, wie die Diskussion sich jetzt entwickelt hat, dass ausgerechnet die Linke jetzt zur Schutzpatronin der Wirtschaft wird, die sie vor Spionage, vor Aufsicht, vor Überprüfung, für Kontrolle schützen will, wo man normalerweise in der Wirtschaftspolitik der Linken einen ganz anderen Umgang mit freien Unternehmern gewohnt ist. Und wenn ich mir dann anschaue, dass als Konsequenz daraus in der Debatte die Abschaffung des BND gefordert wird, weil er ja die Wirtschaft spioniert, dann kann ich mir vorstellen, dass aber die Linke nächste Woche um die Ecke kommt und sagt, ja, aber was können wir denn jetzt machen, um den Endverbleib von deutschen Rüstungsexporten besser zu kontrollieren? Wie können wir sicherstellen, dass diese Waffen nicht in falsche Hände kommen? Und da können wir uns jetzt alle mal überlegen, wie könnten wir wohl darauf kommen, wer könnte uns helfen, herauszufinden, wo die Waffen geblieben sind? Dann sind wir wieder bei der Notwendigkeit von einem funktionierenden deutschen Geheimdienst. Ja, aber jetzt, um nochmal auf die Antwort, auf die parlamentarische Anfrage zu kommen, da sagte ja de Maizière, es gibt keine Erkenntnisse darüber. Und dann sagte er wiederum, ich kann in diesem Plenum nicht mehr sagen, ich werde das in den vertraulichen Gremien, Parlamentarische Kontrollkommission und ähnliches tun. Dann hätte er ja an der Stelle zumindest sagen können, ich kann das nicht beantworten, denn es ist vertraulich. Er hat aber gesagt, es gibt keine Erkenntnisse. Das war ja dann schon ein bisschen unglücklich. Und natürlich wird es jetzt auch benutzt von der Opposition, aber es war natürlich eigentlich eine unglückliche Aussage. Ja, natürlich, denn wir wissen ja, dass angeblich diese Passage keine Erkenntnisse aus dem Kanzleramt beigesteuert ist. Das ist ja immer eine Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage einer Bundestagsfraktion oder von Abgeordneten. Und dann stimmt sich die Bundesregierung intern ab. Und da muss man dann sehen, die Stellungnahme, die Frau Greuther eben schon zitiert hatte, wo die Bundesregierung den eigenen Geheimdienst in den Senkel gestellt hat, beinhaltet ja als letztes auch den Punkt, dass alle Antworten auf vorliegende kleine Anfragen noch mal überprüft werden müssen, ob die so Bestand haben können. Und ich schätze, da gehört die an erster Stelle dazu. Wir haben es ja gerade gesagt, es gab jetzt verschiedene Kanzleramtsminister. Es gab Herrn Pofalla, es gab Herrn de Maizière. Zur Zeit des Memorandums war es Herr Steinmeier. Während dieser, 2002 noch nicht, Angela Merkel im Amt, aber dann, sage ich mal, die ganze Zeit Angela Merkel als Kanzlerin. Bei Herrn Pofalla, bei Herrn de Maizière und jetzt bei Herrn Altmaier. Sie ist also sozusagen die Konstante in dieser ganzen Geschichte. Ist es wirklich denkbar, dass sie über die ganzen Jahre davon nichts erfahren hat, dass sie jetzt quasi, ich glaube im März, erst davon erfahren haben will? Ist das wirklich vorstellbar bei einem so unglaublich großen Suchvorgang, der da am Laufen war? Wenn, dann könnte ich es mir nur so erklären, dass man natürlich, indem man sich sehr darum bemüht, alles von sich fernhalten kann, was man von sich fernhalten will. Ich kann mir das aber eigentlich in dem Fall schwer vorstellen. Es sei denn, diese ganzen Hinweise, die es gab 2008, 2010 an das Kanzleramt, waren wirklich so formuliert, dass es aus Sicht der jeweiligen Geheimdienstaufsicht, die ja eben nicht nur Personal, sondern auch in der Struktur gewechselt hat, dass man gesagt hat, das ist Routine, die haben das in Griff, wir müssen das nicht weitergeben. Schwer vorstellbar. Aber nicht ausgeschlossen. Gibt es nicht eigentlich eine deutsche Interesse, wegzugucken bei den Amerikanern? Weil das Verhältnis ist, wie ich eben gesagt hatte, also Juniorpartner, die Deutschen. Und die wollen mehr, die Deutschen wollen mehr in der Welt machen, eine größere verantwortliche Rolle spielen. Und die können das nicht ohne den Amerikanern. Und es ist fast im deutschen Geheimdienstinteresse, wegzuschauen, damit man mehr von den Amerikanern bekommt, als alles genau zu prüfen und zu sagen, also was, ihr macht das, das ist nicht richtig. Wenn es rauskommt, das ist was anderes. Aber habe ich da recht? Ich frage als Nicht-Deutsche. Das ist ein interessanter Aspekt. Hätte ich Sie jetzt auch gefragt. Also inwiefern wird diese ganze, möglicherweise die Vorgehensweise der Regierung, des Kanzleramts und des Bundesnachrichtendienstes dadurch legitimiert? Oder zumindest, das sind die Gründe, weil man mitspielen will im großen Geheimdienstkarussell, weil man ein bisschen mehr auf Augenhöhe kommen möchte. Ich denke, der BND wird nie die NSA erreichen in Schlagkraft und in systematischer Überwachung. Aber inwiefern ist das das Ziel? Können die Deutschen überhaupt auf Augenhöhe zum großen Bruder kommen? Und stehen die Mittel, also ist das heilig der Zweck, da die Mittel? Warum können die nicht Partner werden? Gleichberechtigte Partner. Das ist die Frage. Ich meine, es gibt diese Five Eyes-Abkommen zwischen den Englischsprachigen. Warum können die Deutschen nicht dazu? Warum kann es nicht, warum kann die EU sich da nicht anschließen, dass man ein gleichberechtigter Feld hat, als das, was wir jetzt haben, wo die Deutschen, die anderen Europäer, also außerhalb dieser Kreis sitzen? Dieser Five Eyes-Kreis ist ja also USA, Kanada, Australien, Neuseeland und Großbritannien. Da sind die Deutschen und die Europäer, außer den Briten, sind explizit nicht dabei. Da gibt es ja einen Grund, weil es bei denen so kompliziert ist vielleicht, weil da so genau drauf geschaut wird, was man macht. Oder, Frau Fietz? Es gibt ja jetzt die nette Geschichte, wenn sie nicht wahr ist, ist sie zumindest gut erfunden, dass Frau Merkel, als sie bei Barack Obama saß und sich darüber beschwert hat, dass ihr Handy abgehört wurde, dass der gesagt haben soll, wir können einfach nicht darauf verzichten, in Deutschland mehr hinzuschauen, weil es sonst Sicherheitslücken gibt. Wir sind natürlich, bedingt durch unsere Geschichte, wie Herr Pettersen gesagt hat, bei diesem Thema hochsensibel. Die Kontrolle der Geheimdienste ist bei uns extrem und wir erlauben den Geheimdiensten auch nicht das, was andere Staaten ihren Diensten erlauben. Aber Frau Merkel weiß eben auch sehr genau, dass wir auch auf Hinweise der Amerikaner angewiesen sind. Gregor Mainz hat schon diese berühmte Sauerland-Gruppe erwähnt. Also es geht darum, dass tatsächlich Informationen aufgespürt werden, die Hinweise geben auf terroristische Anschläge. Oder wir reden von Delikten wie Menschenhandel, Piraterie, Waffenhandel. Da sind andere Dienste weiter, als wir es sind. Und das ist natürlich eine Gratwanderung, gerade auch für das Kanzleramt zu sehen, was ist bei uns noch von der Verfassung gedeckt, was darf man bei uns und was darf man nicht. Und was tun die anderen und wie weit müssen wir von den anderen profitieren und können denen dabei auch nicht ständig auf die Finger klopfen. Das ist wirklich eine sehr heikle Frage. Man darf das allerdings für meine Begriffe nicht immer so unter dem Aspekt nur sehen, die machen das zum reinen Selbstzweck. Dahinter steht ja mal, wenn man das jetzt mal etwas herformulieren will, das Ziel, die Sicherheit aller Beteiligten zu erhöhen. Das darf man bei dieser ganzen Debatte nie aus den Augen lassen. Aber lassen wir doch nicht dieses schiefe Bild hier stehen, als hätten wir einen übermächtigen amerikanischen Geheimdienst und einen BND, der irgendwie in die Lehre geht. Nein, nicht in die Lehre, aber nicht so aktiv sein kann. Der BND hat auch seine Stärken. Also wenn wir uns angucken, welche Erkenntnisse die Amerikaner mit Hilfe des BND aus dem Nahen Osten bekommen, dann sind die sehr dankbar, dass sie von uns die Informationen bekommen. Der hat da eine Stellung als Neutraler, die die Amerikaner niemals erreichen werden durch ihre vorhergehende Politik. Gucken wir in die Ukraine. Also da ist der BND offensichtlich bestens aufgestellt und kann auch den Amerikanern zusätzliche Argumente liefern, warum das eine oder andere in der Sicherheitspolitik jetzt gut oder schlecht ist. Also es geht nur durch Kooperation eigentlich. Ja, das ist ein Geben und Nehmen. Also letztendlich Konsens hier in der Runde. Der Bundesnachrichtendienst ist in seiner Funktion wichtig. Wir wollen ihn auch nicht abschaffen, wir wollen nicht ohne ihn auskommen. Er ist nicht so sehr kleiner Bruder gegenüber der großen NSA, wie das gerade gesagt wurde. Aber trotzdem muss man ja die Frage stellen, das Kanzleramt spricht von technischen und organisatorischen Defiziten beim Bundesnachrichtendienst. Also eine ganz klare Abgrenzung auch seitens des Kanzleramtes. Was kann man denn für die Zukunft verbessern jetzt in Sachen Kontrolle? Wie kann dieses vielleicht etwas, das ein Eigenleben führt jetzt der Bundesnachrichtendienst, diese Behörde, wie kann man die wieder ein bisschen enger an die Leine nehmen, Frau Beuter? Es wurde eben gesagt, dass der BND so besonders gut, dass die Kontrolle so besonders gut sei in Deutschland. Es gibt Amerikaner, die sagen, in Amerika sei die Kontrolle wesentlich besser. Also der Anspruch ist sehr hoch in Deutschland, sagen wir so. Wir haben verschiedene Probleme. Wir haben zum einen das Problem, dass die G10-Kommission, das ist die Kommission, die im Vorfeld Maßnahmen absegnet, das für einen sehr großen Teil, nämlich für den Teil, über den wir heute den ganzen Tag geredet haben, oder diese Zeit geredet haben, nicht im Vornhinein absegnet, nämlich die gesamte Auslands-Auslandskommunikation. Weil nicht nur der BND, insofern ist das auch kein Eigenleben, sondern auch die Bundesregierung auf dem Standpunkt steht, da gäbe es keine Grundrechtseingriffe und deswegen seien die Sicherungen, die es dafür braucht, gar nicht nötig. Das heißt, wir machen in anderen Ländern das, was wir den USA im Prinzip vorwerfen. Das kann man möglicherweise begründen. Das kann man zum Beispiel, solange viele deutsche Soldaten in Afghanistan sind, kann man das begründen. Es gibt aber gute Gründe, den Geheimdienst oder eben die Exekutive nicht alleine entscheiden zu lassen. Das heißt, das wäre schon mal ein Punkt, Anbindung dieser Auslands-Auslandskommunikation überhaupt an eine Art der Überwachung mit Geltung des Grundrechtsschutzes. Dann ist sicherlich auch beim Parlamentarischen Kontrollgremium, da hat es ja jetzt schon Reformen gegeben, da hat es erste Versuche gegeben, der damalige Vorsitzende des Gremiums, Clemens Binninger, hat selber gesagt, das ist ein erster Versuch. Wir wollen sehen, ob das ausreicht. Wenn das nicht ausreicht, brauchen wir möglicherweise eben einen unabhängigen Geheimdienstbeauftragten und anderes mehr. Es gibt einen weiteren Punkt, dass die verschiedenen Kontrollgremien nicht wissen voneinander. Das heißt, diese G10-Kommission, die im Vornherein arbeitet, erfährt nicht, was der Bundesdatenschutzbeauftragte an Dateien genehmigt und erfährt nicht, was das Parlamentarische Kontrollgremium im Nachhinein wiederum erfährt. Und zwar nicht aus solchen Gründen wie dem Trennungsgebot zwischen Geheimdienst und Polizei, sondern aus schlichten Geheimschutzgründen. Es gibt eine Stiftung Neue Verantwortung, die ein Konzept vorgelegt hat. Und da sind diese Punkte eben auch drin, dass eben unter anderem dann auch diese drei Gremien möglicherweise noch mit Vertretern des Innenausschusses sich einfach zusammensetzen ein, zweimal im Jahr und sich austauschen. Das heißt, bei der ganzen Architektur der Kontrolle bliebe sehr, sehr viel zu tun. Und wir werden da auch noch eine rechtspolitische Debatte erleben. Denn beispielsweise hat der frühere Bundesverfassungsgerichtspräsident Papier ja gesagt, dass das, was Sie ansprachen, was im G10-Gesetz festgelegt ist, dass der BND im Ausland eben agieren darf, sozusagen frei und so ohne strenge Kontrolle, dass das nicht reicht, dass also diese Generalklausel überarbeitet werden muss. Und da werden wir bestimmt im Laufe des Jahres noch eine intensive Debatte drüber bekommen. Gerade jetzt vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung. Wir sind da mit einem vergleichbaren Fall gut gefahren. Als es ein großes Misstrauen gab in den 50er Jahren gegenüber der Wiederbewaffnung und das Misstrauen sich darauf bezog, dass dort ein irgendwo im Geheimen agierendes Subjekt namens deutsche Streitkräfte ein Eigenleben führen könnte, hat man das Amt des Wehrbeauftragten geschaffen, des Bundestages, der auch in die Geheimnisse eingeweiht wird, aber trotzdem ein Vertrauen besitzt. Der wird mit Kanzlermehrheit über die Wahlperiode hinaus gewählt. Und der hat dazu beigetragen, ein Vertrauen in deutsche Streitkräfte zu schaffen. Und ich meine, so ein Amt des Geheimdienstbeauftragten des Deutschen Bundestages wäre ein Schritt, den wir als Zweites tun können. Das andere ist die Möglichkeit, nach dem neuen PKGR, also nach dem neuen Gesetz für das Parlamentarische Kontrollgremium, dass sie einen Sonderermittler damit beauftragen können, da Licht ins Dunkle zu bringen, der dann auch Zugang hat zu allen geheimen Informationen. Und also wenn das Kontrollgremium den jetzt nicht installieren würde, dann weiß ich nicht, was noch passieren muss. Gut, also hier Konsens, Geheimdienstbeauftragter ist eine gute Idee. Gibt es vergleichbares in Großbritannien? Bitte kurze Antwort wissen. Kurz vor Schluss. Nein, gibt es nicht. Wenn es so etwas gibt, ist es top secret. Ah, es ist top secret. Wie der Name schon sagt. Also ich glaube hier in der Runde großer Konsens. Wir wollen den Bundesnachrichtendienst nicht abschaffen. Wir sollten ihn aber besser kontrollieren. Vor allem sollten Bundesnachrichtendienst und Bundesregierung nicht einfach mitlaufen und alles machen, was von den Amerikanern vorgesetzt wird. Ich bin mir sicher, dass dies nicht der letzte Presseclub zum Thema Spionage und Nachrichtendienste war. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen und für Ihre unterschiedlichen Ansichten zu diesem Thema. Hier im Anschluss geht es jetzt weiter mit dem Europa-Magazin mit Bericht aus Brüssel. Auch zu dem Thema, nämlich warum interessiert sich eigentlich der Geheimdienst so sehr für die Europäische Kommission. Und wenn Sie bei Phoenix oder WDR 5 dabei sind, dann geht es hier gleich weiter mit Presseclub Nachgefragt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Macht es gut. Herzlich willkommen zu Presseclub Nachgefragt auf Phoenix. BND und NSA Geheimdienste außer Kontrolle ist die Frage. Und wir haben sehr, sehr, sehr viele Anrufer, die zu diesem Thema mit uns diskutieren wollen. So zum Beispiel Arno Kolat aus Eschweiler im Rheinland. Herr Kolat, Ihre Frage bitte. Ja, guten Tag. Ich habe eine Frage, die grundsätzlicher Natur ist. Versagen die Geheimdienste trotz aller Sammelwut nicht gerade da, wo es wirklich um eine substanzielle Gefährdung unserer Gesellschaft geht? Zum Beispiel das Auftreten des IS im Nahen Osten. Da hätte man doch auch eher gegensteuern können. Das war schon meine Frage. Dankeschön. Ja, das ist sicherlich eine sehr berechtigte Frage. Wenn schon so viel gesammelt wird, Frau Vieth, warum kann man dann sozusagen nicht noch stärker dem IS entgegentreten? Ich glaube, das Phänomen IS ist insofern besonders, weil es im Zusammenhang steht mit wirklich rapide zusammenbrechenden staatlichen Strukturen in diesen Krisenregionen. Und dass es da im Grunde genommen alle mit überfordert waren oder keiner damit gerechnet hat. Jetzt kann man natürlich sagen, es hätten eigentlich diese Geheimdienste erkennen müssen. Aber die gewissen Strukturen, die man braucht, um eben solche Dinge entdecken zu können, waren einfach da nicht vorhanden. Und somit ist wahrscheinlich auch jeder Geheimdienst aufgefordert, diese nichtstaatliche Terrororganisation oder diese nicht organisierten Terrororganisation stärker ins Visier zu nehmen. Das ist wahrscheinlich auch einfach sehr schwierig, bei, wie Sie sagen, nicht organisierten Organisationen dahin auf die Schließe zu kommen. Man hatte in Afghanistan lange die Taliban und man wusste, wer da an der Spitze stand und wusste in gewisser Weise, wen man kontrollieren muss. Der IS ist ein so breit aufgestelltes Phänomen, da sind auch die bisherigen Mittel, haben da offensichtlich auch nicht hinreichend gewirkt. Ich habe noch einen Anrufer und zwar ist das Günter Renner aus Vilshofen in Niederbayern. Herr Renner, bitte Ihre Frage. Ja, grüß Gott in die Runde und vorab danke für die sachliche Diskussion. Ich habe nur eine kurze Stellungnahme und zwar, wir dürfen uns im wahrsten Sinne des Wortes nicht zu Tode ideologisieren. Man kann eben Katzen nicht zu Vegetariern machen und das Netz fördert eben dies auch. Die Stimmung würde schnell kippen, wenn bei uns mal was passieren würde. Bisher wurden zum Glück manches vereitelt, vergleichsweise kleine Anschlagspläne von den bekannten großen Terroranschlägen gar nicht zu regen. Danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Renner, für diese Aussage. Das war jetzt in dem Fall keine Frage, aber ich möchte das Thema zumindest gerne an Herrn Patterson weitergeben, unseren britischen Vertreter in der Runde. Es ist ja tatsächlich so, dass in Deutschland noch kein großer Anschlag passiert ist, zum Glück muss man sagen. Wir haben hier schon öfter über die Sauerland-Gruppe gesprochen, die 2007 entdeckt wurde, auch mithilfe von NSA-Informationen. Inwiefern ist deshalb hier auch, sage ich mal, läuft die Diskussion hier anders als zum Beispiel in Großbritannien oder in den Vereinigten Staaten? Ja, natürlich. Also 9-11 hat und die Anschläge in Großbritannien haben eine sehr große Wirkung aufs Publikum gehabt und die Einstellung gegenüber den Geheimdiensten, also nur bestätigt ist zwar da, aber man hat Vertrauen in den Geheimdiensten und man hat das Gefühl gehabt, wir brauchen die wirklich, die machen einen guten Job. Und hier natürlich ist nichts passiert, zum Glück. Und da ist man selbstverständlich ein bisschen kritischer. Ich meine, man möchte auch nicht auf diese Diskussion eingehen. Es sollte was passieren, dann werden die Deutschen vielleicht ein bisschen nüchterner und nicht so hysterisch werden. Das möchte ich nicht diskutieren, aber ich denke, es ist etwas Wahrheit drin. Es gibt ja sicherlich auch, vor drei Tagen gab es ja diesen Bombenfund in Oberursel, woraufhin das Radrennen rund um Frankfurt abgesagt wurde. Also das sicherlich auch, weiß man jetzt nicht, mit welchen Erkenntnissen man da drauf gekommen ist, aber sicherlich spielte da wahrscheinlich möglicherweise auch geheimdienstliche Erkenntnisse eine Rolle. Man weiß es nicht so genau. Es ging auf jeden Fall um Auslandskommunikation, das, was man bisher darüber weiß. Ich möchte jetzt gerne Eckehard Heinrich aus Berlin in die Leitung nehmen. Guten Mittag, Herr Heinrich. Ihre Frage, bitte. Ja, guten Mittag aus Berlin. Meine Frage ist ganz einfach und kurz. Wäre es nicht an der Zeit, einen europäischen Geheimdienst zu installieren als Gegenstück, Schrägstrich als Ergänzung in der Zusammenarbeit zum USA-NSE-Geheimdienst, damit Europa auch im geheimdienstlichen Fragen beginnt, mit einer Stimme zu sprechen? Wir könnten ja die Briten mit reinnehmen. Meine Frage geht an Frau Goethe. Ja, Frau Goethe, bitte. Es sind nicht nur die Briten. Es heißt ja auch immer wieder, dass das französische Auftragsprofil an den eigenen Nachrichtendienst durchaus anders aussieht, als das in Deutschland der Fall ist. Das heißt, es gibt sicherlich in Europa unterschiedliche Standards. Es gibt eine sehr enge Zusammenarbeit der Five Eyes, wo Großbritannien eben auch dazugehört, worauf, das müsste Herr Patterson beantworten, wahrscheinlich auch Großbritannien nicht verzichten wollte. Das heißt, ein solcher gemeinsamer Geheimdienst wäre nicht wirklich ein Gegenentwurf. Zumindest wäre das wahrscheinlich ein Geheimdienst, der nicht ganz dem entspricht, was gerade die deutsche Aufregung ausgelöst hat. Sie haben gerade auch gelacht, als es hieß, ein europäischer Geheimdienst. Warum ist das so eine komische Idee? Ja, das ist keine komische Idee, das ist eigentlich nur ganz logisch. Wir wollen ja auch die Europaarmee. Das ist die Lösung von allem. Jeder kriegt mehr und zahlt weniger, aber es funktioniert nicht, weil die Interessen in Europa so unterschiedlich sind. Und sie hat es schon erwähnt, also es passt dann überhaupt nicht zusammen. Da müsste Großbritannien, was ich nun überhaupt nicht will, erst mal aus der Europäischen Union austreten, damit die Europäische Union ein gemeinsames Interesse haben könnte. Und das wäre dann allerdings auch wieder den mutmaßlichen Terroristen irgendwo in die Karten, in die Hände gespielt, weil das funktioniert dann auch nicht. Angela Merkel hat das ja sogar probiert, nach dieser Geschichte mit dem ausgespähten Handy, hat sie ja versucht, in Europa zumindest hinzubekommen, ausspähen unter Freunden geht gar nicht. Und da ist sie ja sehr schnell an ihre Grenzen gestoßen. Das haben die anderen ja so gar nicht mitmachen wollen. Würde denn Großbritannien den komfortablen Status Five Eyes, sag ich mal, weiten wollen und andere Europäer da überhaupt reinlassen? Ist das überhaupt realistisch, Herr Pettersson? Ich denke, die sollten das, also diese Gruppe sollte sich erweitern, aber ich befürchte, die machen es nicht gerne, weil die reine Natur der Spionage ist, eigene Interessen, nationale Interessen kommen zuerst. Und es ist wieder in der Natur, diese Sache, der Geheimdienst, so die Sache auszubreiten. Deswegen, also eine Sprache ist gut, aber würde man das mit anderen europäischen Partnern, wie Sie gesagt haben, die Konkurrenz, die Franzosen sehen sich als etwas ganz Besonderes. Und momentan sieht das nicht so, als ob es möglich wäre, aus. Wenn ich dazu einen Satz noch sagen darf, es gibt ja auch durchaus kritische Geheimdienstbeobachter, die das befürworten, weil man da eben den No-Spy-Teil, den Teil sich nicht gegenseitig auszuspionieren, mit dabei hätte. Aber das, was wir die meiste Zeit jetzt diskutiert haben, das, was berechtigt oder unberechtigt unter dem Schlagwort Massenüberwachung lief, da wären wir nicht viel besser dran, wenn wir Teil der Five Eyes wären. Also das wäre in mehrfacher Hinsicht auch für Deutschland eine Überlegung, ob man das wollte. Auf jeden Fall eine interessante Eingabe. Ich habe noch jemanden in der Leitung, und zwar Lutz Möller aus Mühldorf am Inn. Guten Mittag, Herr Möller, Ihre Frage bitte. Ja, guten Mittag Ihnen in der Runde. Also meine Frage bezieht sich jetzt auf eine Verknüpfung von strategischen und wirtschaftlichen Belangen, bei dieser doch extrem umfangreichen Ausspionierung. Also mir erweckt sich eher der Eindruck, als wenn unter dem Deckmantel der strategischen Ausspähung letzten Endes auch ganz klar wirtschaftliche Belange eine Rolle spielen. In dem Zusammenhang eben im Hinblick auf das Augenmerk auf die Europäische Kommission. Also die Europäische Kommission ist ja jetzt nicht bekannt dafür, dass die jetzt europäisch strategisch wichtige Punkte behandelt. Das passiert ja eher im kleinen Kreis vor den Staatsoberhäuptern. Ja, also dahin zielt jetzt so mein Gedanke und meine Frage. Und Herr Möller, Ihre Frage ist dann genau, habe ich nicht verstanden? Ja, also ob jetzt unter dem Deckmantel der strategischen Ausspionierung nicht eben auch die wirtschaftlichen Belange eine Rolle spielen. Zum Beispiel im Rahmen der TTIP-Verhandlungen, meinen Sie jetzt. Also da geht es ja auch darum, verschiedene möglicherweise Datenschutzbestimmungen zwischen USA und Europa anzupassen. Richtig. Ob man diese Spionageaffäre in diesem Licht betrachten muss. Vielen Dank, Herr Möller. Das ist eine sehr interessante Frage. Frau Vietze, wie sehen Sie das mit TTIP? Gibt es da einen inhaltlichen Zusammenhang? Könnte das im Interesse der Amerikaner sein, darüber mehr rauszukriegen, was Europa da plant oder im Ärmel hat? Natürlich würden die Amerikaner gerne wissen, was ihre Verhandlungspartner als nächstes auf den Tisch bringen. Und man hat ja auch immer schon mal wieder Geschichten gehört, dass bei vergleichsweise Verhandlungen da tatsächlich die Geheimdienste nebenan saßen und genau die ganzen Schachzüge sich angehört haben. Das muss man sicherlich im Blick halten. Man darf ja auch an dieses ganze Thema nicht naiv herangehen. Aber eben genau diese Fragen müssen wir jetzt alle klären können oder zumindest ansatzweise mal versuchen zu klären. Herr Pettersen hat ja völlig recht. Das Wesen von Geheimdiensten ist, dass sie geheim bleiben wollen. Aber das darf natürlich jetzt am Ende dann nicht dazu führen, dass es Nachteile gibt für entweder bestimmte Branchen oder aber auch in diesen Vertragsverhandlungen bei TTIP, dass die natürlich dann eine Ausgestaltung bekommen, die man eigentlich so nicht haben wollte. Also da muss man schon auch noch mal genau drauf schauen. So groß scheint mir der Deckmantel im Übrigen überhaupt nicht zu sein. Wenn Sie mal auf die Homepage des Bundesnachrichtendienstes gehen, dann finden Sie direkt nach dem Hinweis, Sie wollen mehr erfahren, was er denn tut, eine Beschreibung dessen, dass der Bundesnachrichtendienst bündelt die Auslandsaufklärung über Wirtschaft, Politik und Militär in der Reihenfolge. Wirtschaft, Politik, Militär. Das ist in diesen Zeiten etwas verblüffend, aber das scheint selbstverständlich zu sein. Aber es ging ja die Frage in die andere Richtung. Inwiefern wollen die Amerikaner mehr erfahren über die Brüsseler Position, zum Beispiel bei TTIP? Das war ja jetzt eine Frage von Herrn Möller. Ist das möglicherweise wirklich ein Interesse der USA, das dahinter steht? Das ist ein Interesse, aber das ist das, was die Bundeskanzlerin sicherlich bei ihrem nächsten Kontakt mit Obama zur Sprache bringt, weil sie gesagt hat, klar, wir müssen zusammenarbeiten und da gehört überhaupt nicht dazu, dass wir unsere Botschaften gegenseitig verwandeln. Ich denke, dass der BND selbst das als seine Tätigkeit darstellt, das dürfte sich doch wohl weiterhin auch nach allen Gründen für einen 360-Grad-Blick noch auf China, Russland und andere Staaten beziehen und nicht in erster Linie auf die USA. Obwohl wir in der Vergangenheit, wir hatten James Woolsey, den auch in dem Moment schon früheren Chef des CIA, der geschrieben hat in einem Gastbeitrag, selbstverständlich haben wir euch ausspioniert, da ging es eben um die Rechtfertigung, es gab europäische Firmen, die geschmiert haben bei der Auftragsvergabe und da muss man sich wehren können. Das ist jetzt schon fast nicht mehr die Frage, wie weit man das in den engeren Bereichen Wirtschaftsspionage fasst oder nicht. Nur von dem, was wir wissen, gerade jetzt diese Selektoren, die jetzt in Rede stehen, da hieß es ja, aber wir sind noch ganz am Anfang, dass da eben das Wirtschaftliche nicht im Vordergrund stand, aber wissen wir es? Wir wissen eben nicht genau, was wir bisher wissen. Noch eine interessante Frage, sehr grundsätzliche Art von Sophia Black aus Schorndorf. Guten Mittag, Frau Black. Hallo, in die Runde. Ich muss wirklich gestehen, also die ganze Diskussion oder die Diskutanten verlieren sich alle in einem Klein-Klein, das große Bild, nämlich der Deckmantel über der ganzen Geschichte, die kommt ja überhaupt nicht heraus. Und die hat der Herr Pedersen eigentlich gleich zu Anfang in die Thematik mit eingebracht. Und zwar sagte er, wir sind in einer Nachkriegssituation. Meine Frage an den Herrn Pedersen, ohne jetzt noch viel, viel mehr loszulassen, wie souverän ist Deutschland eigentlich? Und woran merke ich als normaler Bürger, dass es tatsächlich eine gewisse Art von Souveränität noch gibt? Vielen Dank. Danke, Frau Black. Ja, wie souverän ist Deutschland noch oder handeln wir nur nach Willen der USA? In dieser Sache vielleicht nicht so souverän, wie Deutschland sein möchte. Zumindest die Bürger, ich weiß nicht, was die Bundesregierung darüber denkt. Also sie wollen sich zum Teil anpassen, um mehr zu gewinnen, um mehr von der NSA und mehr von Amerika zu bekommen, um gleichberechtigter zu werden. Ich denke, also die Tatsache, dass in Bad Aibling ein US-General noch sitzt und mit der BND zusammen, das war schon vorher eine amerikanische Institution, Abwehrstation, gehört jetzt den Deutschen, aber die Amerikaner sitzen immer noch drin. Es ist ein langsamer Prozess. Und ja, Deutschland ist souverän natürlich, ein wiedervereinigtes Deutschland. Aber auf diesem Sektor bin ich mir nicht ganz so sicher. Handelt Deutschland nur? Souveränität kann man doch auch, wenn man sich gerade Bad Aibling angucken, da abgucken. Also wenn Deutschland nicht souverän wäre, warum hätten die Amerikaner uns denn dann die Station übertragen? Dann hätten sie selber behalten und auf deutschem Boden weitergeforscht. Sie haben sie uns übertragen mit der Erwartung, dass wir dann auch irgendwelche Sachen mal nicht liefern. Und ich finde, da gibt es doch einen Unterschied, ob wir jetzt sagen, so in den Schiffen reden, von bedingungsloser Kapitulation oder uneingeschränkter Solidarität. Solidarität hat was mit Geben und Nehmen zu tun. Und wenn wir sagen, wir haben keine Souveränität, die Amerikaner machen sowieso, was sie wollen, dann ist das ein Fahrwasser, in dem wir uns nicht so ganz zurechtfinden werden. Also Geben und Nehmen, Solidarität, Souveränität, jetzt gehen wir in ein sehr, sehr, sehr weites Feld, sage ich mal, auch eine ganze Nachkriegsgeschichte in Deutschland. Ich bedanke mich für alle Ihre Einlassungen und Ihre Ansichten. Das war ein sehr spannender Presseclub. Ich denke, es war nicht unser letzter zum Thema Spionage und Nachrichtendienste. Das war Presseclub nachgefragt auf phoenix. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017